Im Geschäft muss man immer wach bleiben, immer, nie einschlafen, immer aufpassen. Wenn zum Beispiel ein Kollege beschweren, ich habe Rückenschmerzen, ich heute kaum aufstehen, der 100% vorbereitet, nächste Woche krankschreiben. Deswegen gleich morgen Doktor gehen und krankschreiben, sonst bleibst du da alleine und schaffen für beide. Oder wenn einer sagt, bei mir wird dieser Monat knapp mit Geld, gleich sagen, ich gestern ausgeliehen. So sehr fragen bei dir, ob du ihm ausleihen kannst und dann ob zurückbekommen oder nicht, das weiß nur Herr, liebe Gott. Deswegen immer aufpassen, immer mitdenken, immer mitdenken.